Auch wenn sie irgendwie den Anschein hat, dass sie irgendwann aufhört zu misspawnen. Also jedenfalls hier, misspawndings mehr. Ich geh. Fort, fort mit euch. Geht weg. Schlagt sie zurück! Ich geh. Ich geh. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Wehrt euch, Schwestern! Verstärkt die Deckung! Wehrt euch, Schwestern! Oh, unsere Nahkämpfer schaffen sie nicht mal nach vorne. Und da spawnen schon wieder neue Gegner hinter uns. Wehrt euch, Schwestern! Jaaaa! 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 Feinde! Zu den Bögen! Sie sind überall! Ich geh. Jaaaa! 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 Kommt nur her! Oh, sie greifen mal die Zwerge an! Sie dreht euch! Sie greifen- Feinde, zu den Bögen! Feinde, zu den Bögen! Also ja, man merkt irgendwie, unsere Hüterinnen machen hier keine gute Figur. Sie kreisen uns ein! Ich gehe, ich gehe! Feinde, zu den Bögen! Ja! Ein bisschen was zum Plündern zwischendurch. Ich gehe, ich gehe! Ja, vorwärts! Folgt mir! Für die Freiheit! Gut, ja, dem Eingangssport ist auch wieder welcher. Geht fort mit euch! Schnell! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Schronenkrieger, zu mir! Wehrt euch, Schwestern! Schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! Okay, ich bin ganz schön im Single-Karten. Feinde, zu den Bögen! Ja! Verstärkt die Deckung! Es sind zu viele! Und da ist der letzte Ausgang. Fort, fort mit euch! Die Linien müssen halten! Haltet durch, Männer! Wir sind in Gefahr! Mein Bogen für die Rune! Feindlicher Angriff! Ja! Ich gehe! Ich gehe! Ich gehe! Schwert euch, Schwestern! Okay, jetzt respawnen an den beiden jetzt auch langsam wieder Gegner. Was? Aber wir sind ja zum Glück gleich durch. Ja! Ja! Unsere Verluste halten sich ja bis jetzt in Grenzen, denke ich mal. Ah doch, 15. Aber sind hauptsächlich... Ja! Ich gehe! Ja! Sofort! Hüterinnen gewesen. Also nicht Hüterinnen, wie heißen sie? Doch! Hüterinnen müssten das sein. Befehlt! Ja! Ja! Und da ist sie, Haar! Wehrt euch, Schwestern! Mehr davon! Los! Ja! 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 Die Diener der Nacht sind hier! Oh, Zwergenzeug. Feinde! Zu den Bögen! Ja, ruhig das Portal zu den Klagensteinen. Oh, sie haben einen Heide des Ordens getötet, weil der draußen stand. So, Zihar hat eine Rüstung von einem Ordensritter. Eine Metallistenrunen, ein rotes Juwel und ein kleines Rüst. Oh, Herrin! Und ja, Zwerge müssen noch irgendeine Besonderheit beim Kämpfen haben, sonst würden diese Sterne nicht über ihnen auftauchen. So, dann moschen wir uns mal den Weg zurück. Runenkrieger, zu mir! Tachtu. Wer seid ihr? Ein Gesandter des Ordens. Urias sagte mir, dass ich euch hier finde. Lasst mich eure Ketten lösen. Seid ihr aus der Grenzfeste ausgebrochen? Ah, Onirs Licht. Dann gibt es noch Hoffnung. Ich benötige die Maske. Verstehe. Ich ahnte bereits, dass ihr nicht nur meinetwegen gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt diesen Kreaturen nicht verraten, wo sie ist. Oh, doch. Doch, ich habe es verraten. Ich habe alles verraten. Alles, was ich wusste. Glaubt mir, kein Folterknecht kann sich ausmalen, was diese ... Wie auch immer. Die Untoten wissen, wo sie ist. Deswegen haben sie die Grenzfeste ja angegriffen, weil sich mein Teil der Maske genau dort befindet. Sie ist in einer schweren Truhe. Ich habe sie mit einem Zauber verschlossen. Eine Vertraute von mir besitzt den einzigen Schlüssel. Ist sie noch in der Feste? Die Truhe mit Sicherheit. Was meine Vertraute angeht, ich weiß es nicht. Ich bete, dass sie noch lebt. Sucht eine fahrende Bardin. Ihr Name ist Tana Klingensang. Sie weiß, wie die Truhe zu öffnen ist. Ich werde noch etwas ausruhen und meine Wunden versorgen. Danach kehre ich in die Feste zurück. Wir sehen uns. Irgendwann. Viel Glück, Runenkrieger. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt den langen Weg zurück. Und ja, Tana Klingensang ist ja dort. Er bleibt halt hier stehen. Die Diener der Nacht sind hier. Feindlicher Angriff. Eine hiervon. Und sieben hiervon mal. Okay, mittlerweile zwei hiervon. Und dann machen wir noch jede Menge hiervon. Jaaaa… Wacht fort mit euch. Geht weg. und ich wollte einmal in ausdauer investieren feindlicher angriff wir sind in gefahr und die leichte kriegskunst und rüstungen die diener der nacht sind hier sie kreisen und sein befehlt zu allem entschlossen mein bogen für die rune sie kreisen und sein ich gehe So, dann das letzte Ding hier leer machen. Meine Axt wartet schon!